und damit ein herzliches hallo in die runde der eine oder andere wird es schon gedacht haben es kommen keine neuen folgen was muhr hat dahin gelegt und das hat es im wahrsten sinne des wortes ich habe es wohl mit meiner gesundheit nicht so ernst genommen oder habe es nicht lange genug auskuriert demzufolge kam die retourkutsche und mich hat drei tage gefesselt und zwar an die couch ich konnte weder hü noch hat noch mich bewegen und noch überhaupt was ich kann mir vor wie so ein kleinkind ja man hört es vielleicht noch ich bin noch etwas sehr verschnüpft bin auch jetzt so seit naja im halben tag vielleicht wieder so halbwegs ein bisschen auf dem damm dass ich mich überhaupt betun kann ja da einer wird sagen warum fängst du dann gleich an mit spielen und machen und tun unvernunft ihr wisst wie das ist nein ich kann nicht versichern ich fühle mich soweit wieder fit es sind nur so nachwirkungen und versprochen ich passe auf mich auf trinke ganz viel tee trinke oder nehme ganz viel leckere suppe zu mir und werde auch sonst ganz lieb umsorgt ja ich kann euch bloß nicht mehr sagen wo wir zuletzt stehen geblieben sind weil die letzten drei tage haben mein hirn ein bisschen vermatscht wir hatten das hier fertig gemacht wir waren auf suche nach tieren wir haben geangelt haben wir die alten aufgehängt ja bio sprit hat man ja ach so ich hatte zuletzt nachdem wir das re gefunden haben das erste war ja verschwundene dann habe ich gleich noch ein zweites gefunden das habe ich erlegt und als ich mit dem zweiten re in die nähe von dem ersten re kam ist das erste re voll durch luft geflogen das ist irgendwo ja im großen bogen dahin keine ahnung das habe ich nie wieder gefunden aber ich habe zumindest das eine gerettet dieses jenige welches liegt hier und wie aus dumm zufall oder wie jetzt hätte ich es beschrien kam mir noch ein fuchs entgegen und füchse mag ich irgendwie nicht also wir sind nicht die im spiel weil die sind sehr sehr wild und ich habe ein wildschwein gefunden erlegt ja schade weil ich mag die wildschweine eigentlich im spiel aber ich brauche leider den speck damit ich noch ein paar leckere sachen kochen kann die sonst nicht möglich sind ich verspreche euch so wenig wie möglich wildschweine zu jagen das was wir jetzt hier haben wird den speck vorrat mal gucken ob die küche noch ein ist ja im kühlschrank herstellen und das muss es dann aber auch sein und ich weiß auch gar nicht zu welchen gerichten das war mit speck oder sowas war quatsch machen wir das essen da ich glaube es gab hier irgendwie speck pasteten mischung rohr speck eimilch gemischtes gemüse und dazu fleicheintopf nee das war mit eintopf mischung kartoffelkuchen da oder hier mit speck mit kartoffel mischung was worden kartoffel mischung speck pasteten kartoffel kuchen mischung da dann ist es hier speck pastete ich würde jetzt einmal herstellen einfach nur damit muss man gemacht haben mehr würde ich jetzt da den ganzen nicht antun dazu müssen wir auch zuerst schweine und angere mal beiseite legen wie mache ich denn das ist am dümmsten ich will ja jetzt immer weg man geht doch mal weg ja mal wenn sie im weg stehst fast beruf ich kriegst gar nicht weg natürlich ich weine da muss dann müssen wir doch schlachten ich dachte ich kann es wieder zurück legen na dann ich habe nämlich jetzt eigentlich gar keine verwendung für das ganze fleisch vielleicht unter diesen da draußen mike hast du hunger brauchst du fleisch leber na gut die kann ich mir gefallen lassen ist das dann schmunzeln wir das mal durch man kann deswegen sind durch brutzeln wie gesagt leber ist ja immer gut um unsere werte zu erhöhen da war zwar eine weile aber okay so ich glaube es wasser händewaschen da haben wir brüche sauberes wasser trinken so noch mal das aus der tasche na ja wir haben schon eine menge da tierisches material zusammen mal gucken wie viel es noch wird so schweine mein freund es tut mir leid aber jetzt geht es dir an den kragen ich werde dein opfer mit genuss zu mir nehmen und ich damit auch ehren das ist natürlich verkehrt rum bis jetzt hat es aber funktioniert keine ahnung was haben wir ein feld sechs mal das und wichtig noch eine leber und speck wie gesagt speck ist das was ich als wichtig empfindet damit wir das einfach mal machen könnte ein beraschen können wir haben gleich frisches wasser also wir haben noch eine leber hier gegartes fleisch gegartes fleisch gegartes fleisch ach ja 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 entschuldigung wenn ich ab und zu mal schniefe oder sowas noch bin ich etwas nach saal unterwegs so hoher speck kurz noch mal welchen hier damit da nicht untergeht hände sind gewaschen guck mal das stück leber dürfte doch das reicht noch nicht das nächste stück leber bringt uns sozusagen auf 101 immer noch als ausgleich für den tragischen todesfall aber jetzt zu bei sich da perfekt ich träge ein schilder das macht mir natürlich gleich wieder super gute laune das sage ich euch gleiche her ich koche es einfach ab dann kann mike das mit verschnappulieren oder was auch immer gut vorbereitet habe ich keine und noch mal gucken gemüse pastete oder wie war das gemischtes gemüse speck mich schon gemischtes gemüse gurke mais kartoffel zwiebel 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 wir mal gucken es ist natürlich doof wenn ja alles voll ist jetzt mal gucken also gurke mais kartoffel zwiebel und zwiebel zwiebel so dann kann man das gleiche nochmal machen mike turnen wir dann nicht immer vor der nase rum gurke und mais weißt du was ah wir essen gleich was kann mike auch was ein fleisch zu sich nehmen so mal gucken noch eine kartoffel kriege mal hin menn zwiebel ne gurke und noch ein mais menn merkt ihr doch was du willst naja ihr freche seid froh dass ich finde ich jetzt gerade nichts will also mühse mich um da herstellen sagt einmal hätte sie nicht vielmals sein müssen wer weiß und wie ging es weiter mit der speck mischung speck pastetenmischung speck hammer wir brauchen drei eier 3 milch drei eier und drei milch da zum glück hammer das ja 1 2 3 hier also eine milch bei milch hab's doch gedreht drei milch drei eier eins drei führschrank zu noch ist das aufregend so 1 das ruhig aufheben muss es nicht runter werfen 2 mal gemacht was verstehe wer will aber jetzt dreimal ok das ganze jetzt in der falle oder wird auf dem herde einer speck mit einer speck pastetenmischung hergestellt speck pastete gut dann hören wir mal ein bisschen brennmaterial ja heute mal ein bisschen sanfte kost komm wir haben genug davon soll ja auch nicht ewig dauern es geht also noch ein bisschen langsamer aber die lust am spielen ist da aber naja so gut dann sollte ja wenn ich das hier rein schmeiße und das hier rein schmeiße es sollte das ja dann langsam köcheln ok macht hier rein geht nicht gut einfach auch hier im topf machen das gleich mal so dumm gefragt na gut dann dauert es kurz wir schauen mal nach was machen unsere tiere hinten nicht dass die verhungern und alles andere kümmert sich mike ja ganz lieber mensch es gibt genug milch die tiere sind auch alle irgendwie gesund essen trinken haben sie bei kaste gut gemacht also dein fleisch auch gegessen aber ich könnte mir mal noch ein bisschen gemüse reinwerfen einfach meine gemüse werde hoch zu ziehen aber mal hier noch eins kann die schaden hauptsächlich ist klein wenn es ein kleines trinken mit weg und kürbis zack ja gut erledigt so sind die werte soweit gut ja so nun sollte unsere pastäter jetzt auch fertig sein speck fast täte speck post täte wir mal gucken die hält vier stunden und gibt eine maximale ausdauer von 0 25 also wenn ich vier davon esse kriege ich volle ausdauern wir machen wir noch eine aber es ist eigentlich fast verlockend noch eine zu machen um den ausdauer punkt gleich zu kriegen wir gucken einfach mal ob wir noch eine hinkriegen also was hat man gesagt ein weiß eine gurke eine kartoffel jetzt brauchen wir noch eine blöde zwiebel da haben wir noch eine mike rennen wir noch nicht mal von der nase rum macht mich ganz kürre also schnell haben wir einen kompletten ausdauer punkt mehr das würde mir schon gefallen so gemüse mischung herstellen und dann braucht man die milch und ein ei und habe ich noch ein ständiger vergessen das rezept aber dafür kann man ja nachschauen oder und das schöne ist wir haben es wenigstens mal versucht vier stück das hebt monstern auf muss jetzt mal richtig hunger haben und dann schmeißen muss das mit einmal rein und kriegen einen ausdauer punkt mehr klingt sehr lustig nach dem strom noch mal gucken weil der hat zuletzt noch mal ausgesetzt jo ach so weil ich alles ausgestellt habe ja kühlschrank braucht eine menge strom das andere läuft ja gar nicht das ist eigentlich nur der kühlschrank aber die zwei kühlschränke hier hatte ich schon gar nichts mehr nachgelegt gehabt ja pra nächster drop in ach so war er ausgestellt stimmt ja die sind alle ausgestellt und trotzdem zerrt er so dermaßen viel was fehlt denn noch ein strom hier kann ich schon eisen alu kupfer kobold kupfer eisen alu kobold kupfer naja sieht nicht besonders verrauchend aus hier ein kupfermeer ich glaube wir müssen Richtung höhle Tür zu ja das verschlingt halt alles nicht noch mal zurück die kanal ich weiß nicht warum ich die sagen immer sammler irgendwie kann man ja haben sie ungefähr ich weiß auch nicht wann jetzt zuletzt in der höhle waren ich hatte jetzt auch nicht nur extra nachgucken eisen weg aber hatten wir haben zum schluss noch mal eisen angesetzt gehabt noch mal rausgeholt gehabt dann schmeißen wir das mal rein und dann eisen hoch ja dann kommt so das übliche wir fahren noch mal zu höhle aber wie das ist wenn nichts kommt nicht und jetzt haben wir ja drei extraktoren drüben stehen also könnte man ja nicht gute menge material da haben aber vorher machen was ich dann erinnert ich habe ja noch die angel einstecken unsere freunde könnten ja kommen ja gut das haben wir trinken an aber zwei wehvolle flaschen was natürlich mega doof ist ich dachte ich habe noch was drin ich bin doch so dämlich naja irgendwas ist ja immer und wie viel sprit haben wir denn noch hier drin das reicht hier ist leer freche wenn ihr nicht weg geht ich überfahre euch mike du passt mal kurz auf ich bin gleich wieder da gleich wieder da so die angel weg hängen dahin dafür nämlich die kann man ja sozusagen immer bei sich haben sondern dann ich bin ja gespannt wann das erste mal irgend so eine rote begegnen oder ob die zu uns kommt ich kann es echt nicht sagen weil wir hatten bisher erst einmal heute gehabt oder so eine mini horde da an der höhle wenn euch daran erinnert wo ich danach eine ganz wirre sicht hatte mehr habe ich davon nicht gesehen bis jetzt was natürlich nicht bedeutet dass ich davon verschont bleibe es wird im besten fall sehr unerwartet kommen und ihr wisst ja wie schreckhaft ich manchmal bin ja nach tanken und alles nehme ich das ist vergessen jetzt schon schwer ich brauche noch nur von was wir machen mal schnell weil wenn ich von so einem kleinen bisschen überladen bin dann will ich gar nicht wissen alles hierher was passiert wenn ich nur bisschen überladen bin und dann unsere freunde kommen und hier noch aber ich will es nicht beschreiben ihr wisst ich habe sie das glück wenn ich irgendwas beschreihe dann tritt das meistens auch ein blicken zum stein 1 75 und die wirken 2 gut ja mehr kann ich jetzt ähnlich mit aufgefüllt sind lasst uns nur nach hause fahren das zeug in den ofen werfen dass man langsam vor sich hin schmülzen kann aber hat sich sozusagen gelohnt ich kann mich gar nicht erinnern dass wir so lange weg waren ich hätte es nicht damit gerechnet dass so viel schon gemeint wurde aber okay ich will mich einfach nicht beschweren und mike alles friedlich gut und dann also ich weiß auch nicht ganz nichts hier rein so die kleine sind weg oder hier aber was ich einschmelze ist ja eigentlich letztlich egal zu erst weil wir brauchen ja eh alles was natürlich machen sollte ich sollte auch brennmaterial reinpacken sonst wird das mit uns nichts ich habe die kohle immer einstecken das rein mike du könntest eigentlich ein bisschen mitmachen ja 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 herr frau ziegenbock wenn ich nämlich los renne dich jagen entweder die freunde oder du bist oder das ist falsche böckelein habe ich gerade keine zeit für so na gut würde ich zum schluss machen was mal kupfer brauchen ja komm bring es erst mal rein nicht übertreiben nicht übermütig werden du bist übermut tut selten gut das läuft durch das auch als zichtiger wie schaut sie überhaupt aus mit unserem essen naja das geht alles noch was bringt ihr überhaupt es gibt dorst minus 10 30 kohlenhydrate alles kommt sagt man kann ja immer mal ein stückchen essen was trinken gibt mir aus das zeug ja heute ein bisschen entspannter damit ich mich nicht ganz verhetzen muss oder aufregen muss hier auch reisen jetzt nochmals würde ich sagen hast genug kupfer hier rein kobalt da rein gut und das erst mal weg steine holen später lande los derzeit kann ich das mal weg bringen muss ja nicht immer auf den letzten drücker ich weiß ich gar nicht mehr für was ich das kupfer wollte ach für die solarzellen kupfer eisen alu kobalt 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 kupfer und 1 2 3 4 kobalt ich glaub ja schon bin ich zu schwer was soll denn das nur meine anzeige 76,3 was kann denn da nur so schwer sein instagram passt ist ja nun nicht so dass ich jetzt mit dem essen geizen muss cool also stromproduktion haben wir jetzt ausreichend 1 2 3 4 5 6 mal davon und 6 mal davon ich finde das ist eine ganze menge wenn nicht muss ich halt die andere gerätschaften außen vor lassen aber kühlschrank ist wichtig doch hier kommt mal rein perfekt was man natürlich brauchen den größeren stromspeicher was müssen hier mal rein wir packen erstmal alles rein ein kupfer 5 elektrik und 5 blei hat das wird schwierig weil hier rein hallo rein naja elektrische teile habe ich keine mehr ich weiß wir brauchen irgendwie für plaster ein kupferband ein plastik und ein kobalt 2345 245 lasst haben wir unten ja dann war hier elektrische teile fünf stück wo haben wir denn da zack fünf stück haben wir immer noch ein kupfer und fünf blei ein kupfer und fünf blei na toll 1 2 3 ich muss noch zwei gleich schmelzen nützt ja nix 12 und damit naja so ein bisschen mehr strom gespeichert ist schon gar nicht verkehrt in der zeit wo wir warten aufs blei aufs blei aber maike ein bisschen zugucken hätte ich fast gesagt na komm los ich will es einfach noch fertig haben so wie schaut es denn hier aus das land haben wir ja eigentlich genug haben wir da kann ich das eis mit hier reinschmeißen dann ist das jetzt nicht umsonst das ist fertig was wo da unten ich renne jetzt kein scharf hinterher mir ist da jetzt gerade nicht danach zumute muss ich eigentlich mal zu geben ich bin heute bisschen ruhig unterwegs nur nicht anstrengend da komm aber zumindest seht ihr es geht weiter und naja es hat sich ja abgezeichnet na komm jetzt gibt es weh gleich hierher bin ich so lange wappen Ruhe so gut was haben wir jetzt wir haben 8000 stromkapazität gespeichert ist ausgehend 150 eingehend 91 gut ist nachts das gehen solarzellen nicht aber sag mal solange der kühlschrank anbleibt dürfte es kein problem geben ich darf halt die anderen gerätschaften jetzt nicht anschmeißen da muss ich warten bis der tag ist ah bist du hier drin oder was manchmal ist das gefühl als würden die tiere irgendwo direkt hier im gelände spawnen ich sehe sie nur nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht keine ahnung was wollte ich denn jetzt überhaupt ach ich kann es nicht sagen das ist erledigt das ist erledigt ist die hier oben oder wie ich würde ja ganz gerne aber das ist nichts das ist nichts das ist nichts manchmal klingt das so nah und dann sind sie doch so weit weg ach dann lass mich doch in ruhe ja gut haben wir doch so weit erledigt jetzt habe ich immer nur den kubalt einstecken naja vieles vom kupfer nicht übrig geblieben aber wir haben uns ein bisschen wir haben wenigstens ein bisschen was geschafft nicht so viel aber ich muss auch erst ganz langsam und ruhig wieder rein kommen will mich da jetzt auch nicht allzu sehr überanstrengend beim nächsten mal essen haben wir dann unseren ausdauer ich habe nicht gesehen ich habe keine pfeile mehr ich habe keine pfeile mehr ich habe keine pfeile mehr euch einfach gar nicht value habe ich jetzt mal welche drin ne n KIM Ich komm doch schon. Bin doch schon dabei. Herstellen. Ein? Was? Wollte ich doch gesagt haben. So nehme ich es explizit richtig raus. Ist ein Kahn leer? Du bist leer. Okay. Gut. Willst du es jetzt wissen? Ist nicht mehr gelogen irgendwo. Oh ne. Ist ein blätter Kürbis. Wo bist du denn? Du musst doch nur so, dass du mir hinterher rankommst. Am besten bis vor die Tür. Ah, das in den dunklen Suchen ist auch nicht die beste Idee. Ah. 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 Ah ja. Das ist wohl mein Leid. Das mit dem Schleichen. Ah. 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 Danke fürs dabei bleiben. Schaut wieder rein, wenn es heißt Asmo und der Wahnsinn oder, naja, auf der Suche nach einem Ziegenbock oder sowas. Ich gebe mir Mühe, dass ich wieder halbes Gesunde, damit ich nicht mehr ganz so nasal klinge. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann ganz bald wiedersehen. So, ich hoffe schon mal. Also in diesem Sinne, Tschüssikowski und Bye Bye.